»Fertig?« fragte die Braut, deren Ungeduld deutlich zu spüren war. »Schätzchen, du siehst klasse aus«, sagte Joffrey, der Vater des Bräutigams, der hinter dem Fotografen stand. Er leidte schon leicht. Die Eltern der Brautleute, der Trauzeuge und die Brautjungfern warteten in der Nähe im Schatten der Bäume. Die Jüngste der Brautjungfern, noch ein Kleinkind, musste wiederholt davon abgehalten werden, Kieselsteine ins Wasser zu werfen. Sie fing an zu quengeln, woraufhin die Mutter leise, aber in scharfem Ton auf sie einredete. »Fertig?« fragte Robin abermals, ohne ihrem Schwiegervater Beachtung zu schenken. »So gut wie«, log der Fotograf, »drehen Sie sich bitte noch ein Stückchen zu ihm.« »Ja, ja, ja, sehr gut, Robin. Und jetzt schön lächeln, lächeln und bitte...« Die Anspannung, die von dem Brautpaar ausging, war bestimmt nicht allein den unkooperativen Schwäne zuzuschreiben. Doch das war dem Fotografen egal, er war ja kein Eheberater. Er hatte mehrmals erlebt, wie sich Brautleute anschrien, noch ehe er seinen Belichtungsmesser gezückt hatte. Einmal hatte eine Braut während der eigenen Hochzeitsfeier die Flucht ergriffen. Unvergessen war auch das verschwommene Foto aus dem Jahr 1998, das den Bräutigam zeigte, wie er dem Trauzeugen einen Kopfstoß verpasste. Damit erheiterte er selbst heute noch gelegentlich seine Freunde. Die Canliffs mochten gut aussehen, ihrer Ehe dagegen räumte er keine allzu lange Lebensdauer ein. Die Narbe auf dem Arm der Braut war ihm von Anfang an suspekt vorgekommen, ein schlechtes, hässliches Omen. »Das muss reichen«, sagte der Bräutigam unvermittelt und ließ Robin los. »Wir haben doch genug Bilder, oder?« »Moment, Moment, Moment, der andere Schwan schwimmt gerade los«, rief der Fotograf verärgert. Im selben Augenblick, da Matthew Robin losgelassen hatte, war der Schwan vom entfernten Ufer auf seinen Gefährten zugeschwommen. »Egal«, sagte Robin und raffte den langen Rock ihres Hochzeitskleids zusammen, für das ihre Schuhe ganz offenkundig zu flach waren. »Da war doch bestimmt ein schönes Bild dabei.« Sie marschierte aus dem Schatten der Bäume in den strahlenden Sonnenschein und dann über die Rasenfläche auf das zu einem Hotel umfunktionierte Schloss aus dem 17. Jahrhundert zu, wo sich die meisten Hochzeitsgäste bereits versammelt hatten und bei einem Glas Champagner die Aussicht bewunderten. »Wahrscheinlich tut ihr der Arm wieder weh«, teilte die Brautmutter dem Vater des Bräutigams mit. »Blödsinn«, dachte der Fotograf, mit einem leichten Anflug von Schadenfreude, »sie haben sich im Auto gestritten.« Im Konfettiregen beim Verlassen der Kirche hatte das Paar noch halbwegs glücklich gewirkt. Bei der Ankunft im Schlosshotel hingegen waren ihre Minen finster vor kaum verhielter Wut gewesen. »Das wird schon wieder, braucht nur einen Drink«, sagte Joffrey gutmütig. »Math, geh und leiste ihr Gesellschaft«, eilig schloss Matthew zu seiner über den Rasen stöckenden Braut auf. Die übrige Hochzeitsgesellschaft folgte ihnen. Die mintgrünen Chiffonkleider der Brautjungfern flatterten in der warmen Brise. Untertitelung des ZDF für funk, 2017